Hallo lieber Kader-Club-Freunde, wir starten etwas Neues im Club. Ihr kennt die ganzen Einsteiger-Videos vom Club. Die sind teilweise 20, 30, 40, 50 Videos lang. Echt lang, da muss man sich wirklich ständig mit beschäftigen. Aber wir starten Miniserien. Die sind nur kurz ein paar Folgen, 4, 5, 6 Folgen. Und dann können wir schon was Tolles machen. Und auf der Homepage habe ich euch ein Grafikpaket zusammengestellt. Das Grafikpaket Nummer 10 für Geburtstage. Und dort zeige ich euch, wie ihr ruckzuck Geburtstagskarten verschicken könnt. Denn wer kennt das nicht? Man ist unterwegs, sitzt gerade in der Bahn und dann kommt der Kalender und poppt auf und sagt, oh, der Gerd hat heute Geburtstag und man hat nichts da. Man kann keine Karte schicken. Dann geht man hektisch auf Pixabay oder anderen Bilddatenbanken und sucht was zusammen. Und wie kriegen wir jetzt den Text noch da drauf? Dann stückelt man sich da mit irgendwelchen Apps was zusammen. Dabei geht das alles wunderbar einfach mit Keynote. Und wenn wir Keynote einmal richtig verstehen und dort ein Geburtstagsthema erstellen, dann synchronisiert sich das auf alle Geräte. Und dann haben wir auf dem iPhone, auf dem iPad und auf dem Mac das gleiche Thema und können ruckzuck hier eine Geburtstagskarte erstellen. Wir wählen einfach eine aus, die wir nämlich vorgefertigt haben und ändern hier ganz schnell den Adressaten. Der liebe Gerd kriegt nämlich jetzt die Grüße und dann ist das Ganze schon erledigt. Und dann verschickt man das Ganze mit einem Klick. Also schneller geht es gar nichts. Und wie das Ganze funktioniert, das ist in den Videos erklärt, die es mit in diesem Grafikpaket gibt. Also im Grafikpaket 10 gibt es die Miniserie, wie man mit Apple Keynote auf dem iPad solche tollen Geburtstagskarten erstellt. Und das Tolle ist, wenn man es da gemacht hat, synchronisiert sich das über die iCloud auf die anderen Geräte. Dann stehen sie auf dem iPhone, auf dem Mac auch zur Verfügung, je nachdem welches Gerät ihr habt. Und das Ganze gibt es in diesem Grafikpaket erklärt. Braucht keine Grundkenntnisse. Stück für Stück zeige ich euch, wie das geht. Und es ist ruckzuck gemacht und dann habt ihr ab sofort ein Riesensimmelsurium an tollen Geburtstagskarten. Also ich wünsche euch viel Spaß dabei und schaut gerne mal vorbei. Auf www.akada-club.de gibt es das Grafikpaket Nummer 10. Und das ist das Grafikpaket Nummer 10.